Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde Wessel. Und mein Freund ist heute dabei, weil wir den Zweispielermodus machen wollen. Wie heißt du? Hallo, hier ist mir. Das ist ein Freund. Nicht meinen richtigen Namen sagen. Also Creeper Deltas Freund, meint er. So, und jetzt zocken wir mal eine Runde zu zweit. So, du musst jetzt den blauen Knopf eindrücken, genauso wie ich. Und wenn du da drauf drückst, macht er seine Beine gerade. Ah, du hast schon einen Punkt. Gut, gut. Und wie findet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Ist da dann noch ein Punkt? Soll ich mal ganz mies sein? Soll ich mal ganz mies sein, Leute? Auf jeden Fall werde ich es ganz mies machen. Du Arme. Aber nein, ihr sollt keine Werbung sehen. Creeper Delta LP. Creeper Delta LP. Er fällt jetzt gerade voll. Ah. Wie möchtest du denn bald mal heißen auf YouTube? Also, was wäre mit... Er hat gerade gewonnen. Mach mal Pause. Ist schon. So. Ach so, Videopause. Also, mein Freund heißt ab jetzt Slender LP, sobald er seinen Kanal hat. Und er wird dann hoffentlich auch ganz viel Splatoon machen. Und dann hoffe ich, er wird die ganze Zeit nur gewinnen oder verlieren. So, und gerade bin ich ihn voll am Abziehen. Heißt du noch mal? Ich heiße Creeper Delta LP. 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 Ja, Slender. Hm, Slender LP. Slender LP ist gerade wieder voll am Aufholen. Ja. Oh, ich hab mich selbst umgebracht. Nein, ich hab dich umgebracht, indem ich dich dagegen geschleudert hab. Ja. Ja. Wieder gewonnen. Nein. Nein, ihr sollt keine Werbung sehen. Le Creeper LD. Nein, Slender LP. Nein, du nicht. Creeper. Creeper LD. LP. LP. Ich bin am... Ja, ich hab gewonnen. Creeper LP hat schon gewonnen. So, das heißt... No. Okay, das heißt dann für uns... Wir hören dann jetzt mal auf. Und adios. Adios. Ciao.